Herzlich Willkommen zu unserem Event über Pferdegesundheit und Biotensikrität. Ich bin Maren Diehl aus Deutschland, Autorin, Pferdetrainerin und in Zeiten von Corona Produzentin von Coaching- und Erklärvideos. Seit 2014 erforsche ich Biotensikrität und vor allem die Prinzipien von Biotensikrität in Pferden. 2014 hatte ich erstmals E-Mail-Kontakt mit Steve Levin und das war der Beginn einer langen, spannenden und herausfordernden Reise. 2018 und 2019 habe ich im Rahmen des jährlichen Treffens der Biotensikrität Interest Group in Ghent über Biotensikrität und Pferde referiert. 2016 erschien mein Buch über Biotensikrität in deutscher Sprache und schließlich 2019 auch in Englisch. Inspiriert durch Steve Levin's Statement, ich sei eine wahre Forscherin und durch Susan Lowell des Solarsanos Kompliment, ich hätte das beste ihr bekannte Verständnis von Biotensikrität, wobei ich keine Kenntnis über die Vergleichsgruppe habe, versuche ich, mein Wissen über die Prinzipien der Biotensikrität mit meinen Erfahrungen in der Pferdeausbildung und in Martial Arts zu verbinden. Da Englisch nicht meine Muttersprache ist, habe ich dieses Video produziert, damit für euch alles möglichst korrekt und verständlich ist. In diesem Video geht es nicht um Pferdetraining, Trainingsmethoden, Reitweisen oder Therapieansätze. Es geht um Biotensikrität. Worüber ich sprechen möchte, sind Tensegrity-Modelle, Prinzipien der Tensegrität und ich werde über Biotensikrität sprechen, über den Unterschied zwischen Biotensikrität und unbelebten Modellen. Und ich werde euch zeigen, welche Rolle das Lumbosakralgelenk des Pferdes in der Biotensikralen Struktur des Pferdes spielt. Fangen wir mit den Modellen an. Ich hoffe, dass ihr alle ein Modell zur Hand habt, da diese Modelle für das Verständnis von Tensegrität unerlässlich sind. Diese Modelle zeigen die Physik von Tensegrität und machen diese fühlbar. Sie lassen euch die Reaktionen Tensegraler Strukturen sehen und fühlen. Ihr fühlt, wie die Kräfte durch die Strukturen weitergeleitet werden. Was ihr hier fühlt, lässt sich nicht aus Büchern, Studien oder Videos lernen. Es ist wirklich wichtig, ein Modell in die Hände zu bekommen. Wer keines hat und keines kaufen kann, kann sich eins bauen. So schwierig ist das nicht. Dieses hier zum Beispiel ist aus Buntstiften, Haushaltsgummis und Kordel gemacht. Ohne Werkzeug. Es ist nicht besonders stabil, aber es reicht, um zu fühlen, worum es geht. Was macht ein anständiges Modell aus? Ein anständiges Modell wie dieses Ico Saeda, gebaut aus sechs Stäben und Schnur. Und die wichtigste Eigenschaft ist, dass die Stäbe sich nicht berühren. Die Spannung muss so hoch sein, dass die Stäbe sich auch unter Last nicht berühren. Das hier sieht gut aus. Ich vermute, dass ihr bereits einiges über TenSecurity wisst, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Daher werde ich mich kurz fassen. Jegliche einwirkende Energie wird sofort in der ganzen Struktur verteilt. Die Kräfte sind an jedem Punkt des Modells die gleichen. Die Stäbe sind Kompressionselemente und die Schnüre Spannungselemente. Und wenn man richtig gut im Modellbau ist, kann man eine TenSecurity-Säule bauen, wie diese hier, kleiner und sehr stark. Und wenn man das gemacht hat, und es gibt Leute, die können das, kann man jeden Stab und jede Schnur in diesem Modell durch eine solche Säule in der passenden Größe ersetzen. Und diese Säule wird sich verhalten, wie es ihre Position im Modell verlangt. Sie ist also nicht als Kompressionselement gebaut oder als Spannungselement, obwohl man sie entsprechend vorspannen kann. Sie machen einfach den Job, den man ihnen zuweist. Ein anderer Punkt, der im Pferdetraining sehr wichtig ist. Symmetrie ist keine Grundvoraussetzung für eine tensegrale Struktur. Eine tensegrale Struktur kann symmetrisch sein, muss aber nicht. Dieses Modell war vielleicht mal symmetrisch, ist es aber nicht mehr. Es ist dennoch ein TenSecurity-Modell. Und es funktioniert wie ein TenSecurity-Modell. Auch wenn die Asymmetrie es in manche Richtungen belastbarer macht als in andere. Bei TenSecurity geht es nicht um Stäbe und Schnüre. Bei TenSecurity geht es um Volumen, um Kraftumlenkung, um Reaktionen und vor allem um Verhalten. Was eine tensegrale Struktur ausmacht, ist ihr Verhalten und ihre Interaktion mit der Umwelt. Man kann ein solches Modell wie einen Körper oder eine Kraft in einem Kräftediagramm betrachten. Die Struktur in sich folgt aber anderen Prinzipien. Den Prinzipien von TenSecrität. Man darf das Geschehen innerhalb einer tensegralen Struktur nicht gleichsetzen mit ihrer Wirkung und ihrem Verhalten in einem bestimmten Setting. Natürlich stellt dieses Modell kein Pferd dar. Es ist nicht das Modell eines Pferdekörpers. Aber ein solches Modell macht die tensegralen Prinzipien, die man auch in Pferden findet, sicht- und fühlbar. Wenn also dieses hier nicht der Körper ist, dieses nicht und diese nicht. Wie ist denn nun der Körper? Damit kommen wir jetzt zu Bio-Tensegrität und den Unterschieden zu unbelebten Strukturen. Der Hauptunterschied zwischen TenSecrität und Bio-Tensegrität ist das Bio, die Lebendigkeit. Leben bedeutet immer zu agieren und zu interagieren. Und Leben ist sehr komplex. Jede bio-Tensegrale Struktur, jedes Lebewesen übertrifft jede menschengemachte Maschine nicht nur durch die Anzahl der Bestandteile, sondern durch die Anzahl der möglichen Handlungen, Reaktionen und Interaktionen. Künstliche Intelligenz ist nicht in der Lage, Probleme in der gleichen Weise zu lösen, wie lebendige Körper es tun. Weil es eine lebendigen Körpern innewohnende Intelligenz gibt. Der Begriff Morphologie stammt, wenn ich richtig recherchiert habe, von Johann Wolfgang von Goethe und ließe sich übersetzen als die Weisheit des Gewebes. Das wäre eine mögliche Übersetzung. Die Weisheit des Gewebes oder die Weisheit der Struktur ermöglicht es einem Lebewesen, in einer Geschwindigkeit und Komplexität und Komplexität Entscheidungen zu treffen, die für eine Maschine nicht möglich wäre. Lebewesen werden schneller, wenn die Anzahl der Probleme sich erhöht. Künstliche Intelligenz verlangsamt sich mit steigender Komplexität der Situation. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Lebewesen haben bestimmte Intentionen. Sie wollen mit ihrer Umgebung interagieren, möglichst überleben, sich selbst schützen und das alles in energiesparender, effizienter Weise. Gut, jetzt wird es wieder einfacher. Dies ist ein 50 Gramm schweres Tensegrity-Modell. Und ich werde euch zeigen, wie stabil und belastbar es ist. Schauen wir uns das Video an. Showtime! Dies ist unser 50 Gramm schweres Modell. Auf einer bis 2,5 Kilo anzeigenden Küchenwaage und einer Korkplatte als Unterlage. Für ein Kilo Paket Mehl. Und noch eins. Und ein drittes. Und ein viertes Paket. Das Modell versucht dem Gewicht auszuweichen, aber ich lasse es nicht. Und Paket Nummer 5. Wir hatten also 5000 Gramm Mehl auf einem 50 Gramm wiegenden Modell. Das Modell hat seine Form nicht dauerhaft verändert. Erdbebensicher. Es sieht genauso aus wie vorher. Erdbebensicher. Würdet ihr mir glauben, wenn ich behaupte, dass das auch mit einem durchgesägten Stab funktioniert? Tut es! Hier seht ihr, hier seht ihr, dass dieser Stab aus zwei Teilen besteht. Die werden nur durch den Kompressionsdruck und ihre Ausrichtung zusammengehalten. Dies ist das Modell aus dem Video. Und dieses Modell ist mit mindestens 5 Kilogramm Gewicht belastbar. Selbst mit einem gebrochenen Stab. Und das ist das Modell aus dem Video. So, was ist hier passiert? Was ist es jetzt? Hat es seine Tensegrität verloren? Nein, es ist immer noch ein Tensegrity-Modell. Es ist ein kaputtes Tensegrity-Modell, das den größten Teil seiner Belastbarkeit verloren hat. Und viele seiner Funktionen. Ein intaktes Tensegrity-Modell hat keine offenen Enden. Es ist aber dennoch ein wenig belastbar. Wenn man es in der gleichen Position wie zuvor belastet, kollabiert es bereits unter einer Last von etwas mehr als einem Kilogramm. Nun geht es weiter mit der Position des Lumbosakralgelenks in der biotensegralen Struktur des Pferdekörpers. Das Lumbosakralgelenk stellt die Verbindung zwischen Kreuzbein und der Lendenwirbelsäule dar. Die Wirbelsäule muss den Schub aus der Hinterhand weiterleiten. Die Wirbelsäule muss wie ein Teil funktionieren, damit das Pferd sich als Ganzes und gleichzeitig bewegen kann. Das Kreuzbein und die Wirbelsäule verbinden sich im Moment der Entladung der Hinterhand zu einer einzigen Tensegrity-Säule, zu einem Kompressionselement. In der Schwebephase kann sich das Lumbosakralgelenk wieder öffnen, für mehr Raumgriff, beim Wechsel der Gangarten, Tempi und Bewegungsrichtungen. Positive und negative Bewegungsmuster erkläre ich inzwischen anhand der Schubkraft der Hinterhand. Sobald die Schubkraft vorhanden ist und sei es noch so wenig, handelt es sich um positive Bewegungsmuster, während eine bremsende, rückwärts wirkende Hinterhand negative Bewegungsmuster erzeugt. Positive Bewegungsmuster zeichnen sich dadurch aus, dass Kreuzbein und Wirbelsäule unter Last, also während der Entladung der Hinterhahnstrukturen, gemeinsam eine Tensegrity-Säule, ein Kompressionselement, bilden. In negativen Bewegungsmustern öffnet sich das Lumbosakralgelenk unter Last und das Kreuzbein ist entkoppelt. Es gibt keinen Kraftschluss zwischen Hinterhand und Wirbelsäule. In diesem Zustand können die Kräfte der Hinterhand nicht weitergeleitet werden. Dies war eine sehr kurze Zusammenfassung meiner bisherigen Erkenntnisse. Die Erklärvideos zum Lumbosakralgelenk gibt es im Shop auf meiner Homepage unter www.diepferdesindnichtdasproblem.de und direkt im Shop. Was bedeutet das nun alles in Bezug auf Biotensegrity? In positiven Bewegungsabläufen und mit neutral geschlossenem Lumbosakralgelenk bilden Kreuzbein und Wirbelsäule gemeinsam ein Kompressionselement. In negativen Bewegungsmustern gibt es nun zwei Teile. Und damit können unterschiedliche Dinge geschehen. Unter Berücksichtigung biotensegraler Prinzipien könnte es sich um zwei sich berührende Kompressionselemente handeln, was es in einer tensegralen Struktur nicht geben kann. Die andere Möglichkeit wäre, dass Fasziengewebe ein Zugelement hinzufügt und die beiden Kompressionselemente Kräfte in unterschiedliche Richtungen lenken. Dies wiederum beeinflusst aufgrund der Schlüsselposition des Lumbosakralgelenks in der biotensegralen Struktur des Pferdes alle anderen Körperteile des Pferdes bezüglich ihrer Positionen und Kraftrichtungen. Es handelt sich um eine Art generellen Vorzeichenwechsel im Pferdekörper, sobald die als ein Kompressionselement fungierende Wirbelsäule zu zwei Kompressionselementen und einem Zugelement wird. Mein Gedanke dazu ist, dass wir ein kaputtes Tensegralty-Modell oder ein kaputtes Pferd vor uns haben, sobald ein Kompressionselement sich in zwei unter Last funktional voneinander abgekoppelte Teile auflöst. Das Pferd mit der entkoppelten Hinterhand hat seine Tensegrität nicht verloren. Aber es ist eine kaputte, biotensegrale Struktur, die einen großen Teil ihrer Belastbarkeit, Resilienz und Funktionalität verloren hat. Meiner Meinung nach müssen wir eine Entscheidung treffen, mit welchem Pferd wir arbeiten, welches Pferd wir trainieren und behandeln. Das Kaputte oder das Unkaputtbare? Meine Erfahrungen und Erkenntnisse zum Lumbosakralgelenk und seinen Funktionen und Möglichkeiten kamen zuerst. Biotensegrity hat diese Erfahrungswerte mit einer theoretischen Grundlage versehen. In erster Linie haben mich meine Beobachtungen hierhin gebracht. Wir haben die Wahl zwischen zwei Modellen eines Pferdes. Die sich beide anhand der Prinzipien der Biotensegrität erklären lassen. Es handelt sich nicht um ein biotensegrales Pferd und ein biomechanisches Pferd. Das Erklärungsmodell Biotensegrität lässt sich auf alle Pferde anwenden. Wie Susan Lowell de Solassano sagt, Biotensegrität liefert die theoretische Grundlage dafür, warum alles, was auch immer funktioniert, funktioniert, und warum, was nicht funktioniert, eben nicht funktioniert. Es gibt so viele unterschiedliche Pferde unterschiedlicher Rassen, in unterschiedlichen Trainingssystemen, in unterschiedlichen Reitweisen, aber ihre Körper folgen den gleichen Prinzipien der Biotensegrität. Aber wie lernt der Körper diese Prinzipien? Er muss sie nicht lernen. Deshalb sind es Prinzipien. Sie waren schon immer da und haben auf jemanden gewartet, der sie erkennt und in Worte fasst. Daher herzlichen Dank an Steve Levin und das Biotensegrity Archive Team. Es macht für jedes Pferd einen großen Unterschied, ob es sich mit geschlossenem Lumbosakralgelenk und integrierter Schubkraft bewegen darf oder ob es durch das Öffnen des Lumbosakralgelenks sozusagen entwaffnet und seiner Kraft beraubt wird. Natürlich sind Pferde, die nicht so stark sind, einfacher in der Handhabung. Aber meiner Meinung nach ist es unfair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon darauf zu erfahren, wie Biotensegrität eure Arbeit mit Pferden beeinflusst hat. Danke!